So, hier habe ich diesmal ein kleines Messerchen für euch. Zack, ich muss auch schnell machen, weil meine Batterie von meiner Kamera gleich leer ist. Da gibt es auch nicht viel zu erzählen. Hat halt ein Wörtelchip. Klingenlänge 123 mm, Gesamtslänge 230 mm, Gewicht 166 Gramm. Ja, das Ding nennt sich Large Hunter. So sieht das aus. Sieht natürlich ein bisschen cool aus, um ehrlich zu sein. Ist natürlich nicht so wirklich hochwertig. Ist logisch, weil das Teil hat einfach mal eine Dose 5,90 Euro plus Versand gekostet. Was ja jetzt nicht gerade die Welt ist. Was kriegt man schon für 5,90 Euro plus Versand, wenn man irgendwo in den Laden geht und ein Messer kaufen will. Ich habe es mir halt gekauft, weil ich halt ein bisschen auf Messer stehe. Sich das an der Wand sicherlich sehr cool machen wird. Ja, jetzt habt ihr das Ding mal gesehen. Jetzt muss ich mich aber auch wirklich beinahe. Jetzt habe ich glaube ich nur noch ein paar Prozent Akku. Oder ein bisschen. Ja, ein bisschen habe ich noch. Ich werde euch das Ding auf jeden Fall unten drunter verlinken. Falls einer von euch Bock hat, bei dem Händler ein bisschen was einzukaufen, kann man das für den Preis auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe in meinen anderen Videos auch noch andere ziemlich coole Messer, wenn es so in die Zombie-Richtung geht, so Zombie-Dad und all so ein Kram, die auch wirklich nicht die Welt kosten. Und so als Deko, sage ich mal, macht man da auf jeden Fall nichts falsch. So, hier habt ihr nochmal die Rückseite. Jetzt habe ich euch die Seiten wahrscheinlich zehnmal gezeigt, aber ist nicht so wild. Wie gesagt, Link ist unten drunter. Lasst mir einen Daumen hoch oder runter da. Abonniert meinen Kanal oder auch nicht. Ich wünsche euch noch einen erquickenden Tag. Bis denn dann. Ciao.